mal seit ich habe star trek strange world season 2 episode 3 angeschaut und jetzt machen wir platz und dann reden wir darüber oder die fing für mich so an wie wenn sie lanstag heißen würde so wie datastag kam er so vor weil man sieht wie sie eigentlich auch recht sympathisch mit diesem ganzen kleinen problem in der hausmeisterei wie man so schön sagt an diesem schiff konfrontiert werden der spucke der macht natürlich viel lärm mit sein musizieren das hätten wir uns denken können geld hoffentlich lässt das ein rasenmäheroboter auch nicht so lange laufen sonntags das mag der google gar nicht geld also aufpassen und lauter so gruscht die tüftante ich habe den namen gar nicht mehr merke ich finde tüftante ist viel praktischer sich zu merken die tüftante hatte er natürlich irgendwelche gegenstände die sie nicht haben sollte da wäre jetzt das soundtrack von das ist alles nur geklaut wäre natürlich angemessen gewesen aber der tag fängt halt nur so mittelmäßig an und er wird dann schlechter weil als sie dann den gang entlang planiert da wird sie mit einem wie sich herausstellt zeitreisenden konfrontiert der am ende und ihr dann so ein bümbel in die hand drückt uns in die vergangenheit schickt ja deswegen heißt die folge auch tomorrow 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 oder tomorrow 3 oder tomorrow never dies oder wie auch immer sie landet natürlich auf der brücke also fast und sie rennt da in kirk rhein also er haupte auf der brücke rum und er kennt sie nicht und das fand ich jetzt interessant also sie sagen alle sehr klar wissen du wo kommst du her und dann machen sie weiter also ich ruhe dollar schmeißt sie aus der schleuse das hatten wir noch nicht schon ne sowas da passiert eigentlich gar nichts naja wie auch immer sie rangeln dann ein bisschen also sie und kirk man merkt schon muss also dass also wir das kein zeichen ist dann drückt er aus vorsehen auf den knopf und sie landen auf der erde also ich muss gestehen das war jetzt schon der punkt wo ich mir gedacht habe mensch hoffentlich habt ihr euch jetzt was neues einfallen lassen weil das ist so ausgefutzt also zurück in die vergangenheit und wie oft und also bitte lasst euch was einfallen und der einfall ist jetzt nicht der einzige hoffentlich dass der captain kirk an der drehtür an einer glas drehtür scheitert das ist eher abbrecherl komisch sie haben natürlich dann das riesenproblem was alle natürlich in unserer zeit haben sie brauchen neue klamotten sie haben jetzt keine influenza gekannt mit irgendwelchen rabatt codes deswegen klauen sie sich jetzt erst einmal was den teil machen sie sogar einigermaßen clever moralisch scheiß was drauf würde ich jetzt mal sagen passt schon aber sie brauchen mehr money auch da haben sie wahrscheinlich die richtigen youtube kanäle abonniert deswegen bestießt der kirk weil der hat wahrscheinlich im spucki schon so viel 3d schach spielt dass ich denke zwar 2d ist ja fast post die hälfte von 3d das schaffen wir also er spielt da mal geschwind schach und dann verdienen sie so viel geld dabei dass sie sich ein luxushotel leisten können ein zwei nächte oder so netz drüber nachdenken es wird schlimmer mich haben daher genau ich fand dann ganz witzig noch diese das habe ich vorher jetzt unterschlagen diese umkleide kabinenszene wo sie beide plötzlich das gleiche anhaben und er natürlich dann nachgeben muss und er was anderes dann anziehen muss ja das war irgendwie lustig spannend oder schlampig fand ich dann eigentlich oder jetzt kann ich sagen das ist trendy also ist das auffallend dass seine jacke da unten schon abquetzt war als er schach gespielt hat ist ja gerade erst geklaut also neue geklaut aber könnte natürlich trendy sein aber soweit ich weiß sind ab und zu spuren spuren hier oder hier noch nicht trendy werden woanders und war auch nur da also kostüm fundus kommt immer mal ein bisschen shoppen kriegt ein paar rabattcodes von mir passt dann jetzt noch eine hot dog szene wo sie ganz hart am krokodil dann die entlang schrammen warum sie sich das nicht noch gegönnt haben sozusagen man kann es essen schmeckt halt nicht verstehe ich nicht weil wenn wir schon auf dieser schiene reiten dann können wir doch eigentlich die ganze schiene dann laufen lassen wir sind jetzt im luxushotel und der soundtrick schaltet schon langsam auf romantisch und ja aber da bezwegt nach bitte nicht also jetzt haben wir schon zurück in die vergangenheit haben wir schon slapstick episode angefangen substanz war bis jetzt nicht viel da und jetzt nur so romanzen das ist das genau was man fehlt und dazu kommt jetzt dann auch aber ja sie ist die schmachtel den ersten mal bloß an und dann streiten sie über zeitlinien während der richtigen und so weiter grundsatz problem habe jeden tag klar welch also ja was soll man es da groß drüber sagen es ist so da ist zum zweiten mal zum gehen angefangen aber sie haben sie sind clever da kann man von schicksal reden weil wahrscheinlich war dieses zeitsprunggerät so programmiert in dem moment explodiert dann die brücke die brücke ja das war eine andere serie und da müssen sie natürlich schnell hin weil so brücken explosion das ist immer was besonderes aber er ist bis als blät zum fahren das hat es natürlich auch braucht über sein ob das so der pretty woman teil war mit ich kann kein schaltgetriebe weiß nicht war war nicht ganz so ausgefahren war eigentlich auch mehr oder weniger überflüssig sie wollen brückentrümmer bergen klappt aber nicht und sie werden verhaftet aber da steht eine fotografin rum die macht live streaming und durch ihr wunderbares die laber die polizisten so zu alltagssituation dass die sie irgendwann freilassen oder geht es doch weiter bevor die tante weiter zu müllt und mir noch irgendwelche freischaltcodes und rabattcodes für irgendwelche klamotten da lassen sie halt lieber g na ja es war in der praxis der brecker land das jetzt schon ein bisschen cleverer gemacht aber eigentlich auch wieder nicht sie haben ja jetzt immer noch ein problem weil sie suchen nicht die atomgetriebenen kriegsschiffe sondern sie suchen den fusions generator und dann denken sie sich mensch die lady vom tüv die kennt sich mit warbkern aus da gehen wir doch hin machen sie dann auch die kennst du logischerweise nett aber sie sagt leid das war jetzt nicht das vorbeikommen wir kennen uns zwar nicht aber war es ja nie aber ich habe keine ahnung ach so das ist ja in der vergangenheit clever aber sie klauen sich dann eine von diesen lustigen tritium uhren sie kriegt eine von diesen kriegen eine von diesen lustigen tritium und da die leuchten auch im dunkel und mit dieser tritium uhr können sie dann diesen fusions reaktor orten also ich werde es nicht weiter technischen quatsch beurteilen weil wir sind bei star trek des bastern schon aber ja genau sie schwemmt ihn dann weiterhin an und möchte ihn eigentlich mitnehmen jetzt muss ich ach ja da kann man jetzt an viele andere filme denken wo sowas schon mal schiefgegangen ist für mich hätte es wenn wir nicht wüssten wie es weitergeht schon wieder eine andere komme die möglichkeit aber dann hätten wir dieses kirk gleich eins plus eins gleich zwei wie auch immer also werden dann zwei kerks oder was man dann traditionellen solchen geschichten macht einer von denen muss sich dann für das wohl der menschheit opfern in dem sinn passiert es eigentlich auch weil beim kraftwerk nein die fangen nicht an musik zu machen da das ist ein wirkliches kraftwerk finden sie raus dass die fotografen sie reingelegt hat sie ist eigentlich eine romulanerin und sie bringt dann kirk noch ein bisschen gewusel um und sie finden kann den kleinen kann also nicht den ging ist sondern den kleinen kann ja es halt ein kind bla 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 und danach ist die zeitlinie gerettet sie landet wieder auf der brücke die tüff also sie springt wieder zurück in die gegenwart vergangene zukunft weil heute ist morgen auch schon wieder gestern die tüff lady erkennt sie natürlich also man hat das gefühl dass sie sich andere blicke zu werfen und dann hat sie noch die zeit agentin auf der pelle wenn die sich noch an die geschichte mit den trippels erinnert was da die menschheit so gemacht hat dann wird es jetzt eng um die sorgte das haus schon sein machte ist baster super die zeitlinie wieder gerettet loki na das war was anderes und dann beschließt sie kirk anzurufen warum bin ich so unbegeistert der zimmer wieder an dem punkt ich weiß ich weiß wir wissen doch das ist zu nichts führt und es ist auch immer der mist wie es oft sagt ja man kann natürlich sagen das habe ich jetzt auch unterschlagen warum verknallt sie sich schnell in kirk weil er sie nicht kennt und keine vorurteile gegenüber hat ok point world taken das ist auch ein schöner zusammenhang aber die verpackung die riecht alt und ist langweilig da ist nicht so viel spannung dabei bei der ganzen geschichte es ist nur die frage wie wird sie den kirk jetzt wieder los und wie kommt sie bitte in die gegenwart und ich bleibe dabei diese serie heißt strange new world das ist nicht zurück in die vergangenheit auch nicht zurück in die zukunft und auch nicht let's do the time war beginn da sie sie landen auf der erde also jetzt haben wir als strange ist die erde net new owner das ist die alte world ja irgendeine welt ist die show aber das ist genau die die man meisten können ja das ist gut fürs budget budget ist nicht das was ich den arsch damit sauber macht das ist das ist das bitte das alles kennt sie gar nicht budget ist das was muss geld ausgeben kann und ich fand es einfach langweilig also ich erwarte endlich mal wieder irgendwas in der art das ist jetzt unheimlich oder das ist jetzt echt gefährlich ich habe langsam diese charakterdarstellungs origen etwas satt vor allem halt von figuren wo wir wissen dass sie ja im kanon enden müssen ja ich weiß ich bin da ein bisschen komisch deswegen sei ja das ist alles schwierig und da fand ich staffel 1 an einigen stellen mitreißen sie haben sie einfach erlaubt eine einzelne episode zu machen die witzig ist oder ganz gut wenn sie nicht am schluss die falschen leute umgebracht hätten das kann jetzt nicht spoilern weil ihr habt das ja schon gesehen was wurde damit also es tut mir leid habe keinen bock drauf ich hoffe die nächste episode wird besser und gerne können wir uns in den kommentaren austauschen und es schreiben ja auch viele dass sie das witzig finden was sie das erzähle und sie sind anderer meinung passt das ist ja jetzt jeder recht auf meine meinung aber er müsste nicht unbedingt vielleicht bin ich auch wirklich überdrücklich also deswegen schauen wir uns meine kommentaren an wie die anderen das sehen bis dann bis zur nächsten folge ich werde es übrigens nicht für alle folgen wahrscheinlich durchhalten ich sag's euch gleich ich sehe nämlich jetzt schon wie meine begeisterung etwas schwindet servus